So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe Show & Play Minecraft. Wir sind zu Hause, wir sind endlich wieder zu Hause und ich kann es gar nicht fassen, wie schön es hier mittlerweile geworden ist. Wir haben in der Zwischenzeit so ein bisschen was mitgemacht, ein bisschen was erlebt und davon erzähle ich heute in dieser Ausgabe und möchte ich euch daran teilhaben. Schaut mal, wie schön es mittlerweile hier geworden ist. Es ist wirklich unfassbar. Wir haben ein neues Texture Pack installiert. Wir haben endlich unsere Shader am Laufen, wobei die noch immer noch hundertprozentig störungsfrei arbeiten. Die sind leider immer noch ziemlich, ziemlich buggy, aber wir spielen damit, solange es gut aussieht und genießen einfach diese großartige Stimmung bei uns zu Hause hier in unserem wunderbaren, kleinen, ehemaligen Fischerdorf. Ich kann es nicht glauben, dass wir endlich wieder zu Hause sind. Und ja, was ist passiert? Vielleicht so in der Zwischenzeit laufe ich so mal ein bisschen rum, damit alle, die jetzt auch neu hinzugekommen sind, es gibt so ein paar neue Zuschauer, die ich hiermit ganz herzlich begrüßen möchte. Ja, das heißt, die kennen dieses Dorf hier noch gar nicht und deswegen wird es mal wieder Zeit für eine kleine Rundreise so ein bisschen. Ihr befindet euch hier in dem allerersten Dörfchen, das ich jemals angefangen habe, auf Minecraft zu spielen. Und da bauen wir immer wieder mal Stück für Stück dran rum und das hat sich mittlerweile verdreifacht, vervierfacht, glaube ich, von der Größe her. Und ja, es ist ein bisschen schöner geworden mittlerweile, es ist heimeliger geworden, es ist ein bisschen zu unserer Heimat geworden. Und ja, hier ziehen wir uns immer wieder zurück und schaut mal, das sieht einfach, ich liebe es, die sieht toll aus. Ja, hier bauen wir immer wieder mal und das letzte Mal, als wir hier aufgenommen haben und gebaut haben, da war es so, dass wir einen neuen Computer hatten und ich war total stolz drauf. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, aber das Problem war, dass der Computer plötzlich durchsmorte. Ich habe es schon mal in einem anderen Let's Play erzählt, bei Power City. Da war es so, da habe ich auch schon erzählt, dass wir das Problem hatten, dass die Grafikkarte durchgebrannt ist und ich nichts mehr gesehen habe. Das heißt, ich konnte auch keine Files backupen oder so. Und ich konnte deswegen halt auch gar nichts machen. Habe dann den Computer wieder zurückgebracht und natürlich haben die mir dann neu gegeben. Und die Files waren natürlich weg. Das heißt, alles, was wir in der letzten Episode aufgenommen haben, war wieder weg. Und was ich jetzt gerade gemacht habe, was ihr nicht gesehen habt, ist, ich bin einfach nochmal zurückgelaufen. Also ich musste wieder in der Höhle anfangen, musste dann wieder zurücklaufen. Sie haben wunderschöne grüne Augen, Herr Nase. Ja, bin dann hier wieder zurückgelaufen schnell und habe gesagt, okay, jetzt starte ich hier wieder die Aufnahme, damit ihr das nicht nochmal alles durchmachen müsst, wie ich mich jetzt durch die Höhle quäle. Aber, wie ihr wisst, es war ja eigentlich gar nicht so weit weg, es war ja eigentlich total nahe. Von dem her, hallo, liebe Schafe. Von dem her, ist alles wieder gut. Wir sind jetzt also endlich wieder zu Hause. Und ja, wir können ein bisschen, wir können wieder loslegen mit Bauen. Wir können uns wieder hier wie zu Hause fühlen und werden auch regelmäßig jetzt wieder aufnehmen. Power City ist ein Projekt, das läuft noch. Zwischendurch war ja noch ein anderes Let's Play am Start. Und zwar, achso, so ganz flüssig läuft es hier noch nicht, ne? Müssen wir gleich mal drüber quatschen. Und zwar war das The Curious Expedition. Sehr cooles Indie-Game. Indie-Browser-Game. Und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist eine Alpha gewesen. Und ich dachte mir so dann, okay, dann reichen die Folgen, die jetzt da sind erstmal. Und ich konzentriere mich nochmal so ein bisschen auf unsere Welt hier. Und wenn die dann ein bisschen weiterentwickelt sind, können wir ja immer wieder mal weiterzockeln. Das macht ja nichts. Ja, von dem her dachte ich mir, jetzt wird es Zeit, hier wieder zurückzukehren. Und ich bereue es kein bisschen. Es ist so unfassbar schön hier geworden. Gleich mal die Fackel abgebaut. Es ist wirklich einfach ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Ich liebe es. Wunderschön. Ja, und es ruckelt noch ein bisschen. Das heißt, ich werde das auch noch optimieren. Momentan ist es so, dass entweder Optifine oder die Shader laufen. Was natürlich ein bisschen doof ist. Performance-mäßig. Aber kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles mit dem Laufe der Zeit hin. Jetzt genießen wir erstmal den wunderschönen Ausblick, unser schönes Dörfchen. Und dass wir wieder zu Hause sind. Und ja, hallo, kleine Kuh. Naja, also wir haben dann praktisch den alten Computer zurückgebracht und den neuen. Und wir können jetzt hier richtig loslegen. Und das werden wir auch tun. Ja, und hier befinden wir uns gerade auf dem Friedhof, wo wir verschiedene Grabsteine getestet haben. Ähm, alle total nett. Er hat hier sogar einen Knopf. Kommt aber leider kein Zombie raus. Ähm, unsere Blümchen babbeln auch richtig schön. Cool. Zwischendurch hatte ich auch ein paar andere Texture-Packs ausprobiert. Zum Beispiel eines. Ähm, wo man... Verzeihung, nirgendliche Frau. Ähm, wo man... Äh, wo alles in echt 3D war. Also da waren dann wirklich keine Blätter, sondern es waren halt 3D-Klötzchen. Ähm, was ich echt ganz nett fand irgendwie. Ähm, nur hat es extrem geruckelt. Oh, und hier, könnt ihr euch noch daran erinnern? Da brauchten wir strichend ein Stückchen Holz. Und ich blende jetzt mal kurz die UI wieder ein. Haben wir denn hier... Nö, aber wir können ja so ein bisschen Ken-Manipulation machen. So. Ähm, ja, hier war noch nie was Besonderes drin. Ja, haben wir, ähm... Holz gebraucht. Achso, das war dann, als wir feststellten, dass wir plötzlich keine Gegenstände mehr hatten. Als wir nämlich von 1,7 auf 1,8 gewechselt sind und dann wieder zurück. Da war alles wieder weg. So, jetzt haben wir aber wieder ein bisschen was aufgestockt und, ähm, wie sieht es mit unserem Essen aus? 24 Brot haben wir. Sieht also wunderbar aus. Ja, hier haben wir... Hier stand mal ein ganz toller, äh, Leuchtturm. Wo ich auch ewig gebraucht habe, um dafür die Materialien zu sammeln. Die jetzt natürlich alle weg sind. Ähm, aber den Turm hatten wir vorher pünktlich noch abgerissen. Hätten wir ihn lieber stehen gelassen. Dann hätten wir jetzt wenigstens noch die Bricks am Start. Naja, ähm, auf jeden Fall war der eigentlich total hässlich. Und, äh, die Idee war es eigentlich, ähm, ein Original nachzubauen. Äh, was echt eine schöne Idee war. Und, äh, ja, hat aber leider nicht ganz so funktioniert, weil das einfach etwas anderes ist, etwas in Minecraft nachbauen zu wollen, was es in echt gibt. Das ist einfach echt schwer. Das ist total schwer. Und ich habe Respekt vor jedem, der das, der das cool macht. Ja, hier haben wir jetzt mal so, um unsere Sightseeing-Tour ein bisschen weiterzumachen, ähm, unser Rathaus mit Zollamt und Hafenbehörde. Ich glaube, dieses Schild wurde so ein bisschen Opfer, äh, der Versionsgeschichte. Äh, wir gehen mal rein und schauen uns mal so ein bisschen um. Hier unten ist noch nicht allzu viel am Start. Hier sollen so, äh, kleine Schalter hin. Hier oben haben wir, glaube ich, einfach auch nur eine gute Aussicht. Genau, haben wir hier noch so ein bisschen einen, ähm, ähm, alter Schwede. Haben wir eine voll die geile Aussicht. Oh, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Wie nice. Wie sneaken wir eigentlich? Ähm, ja. Äh, also das soll ja auf jeden Fall unser Rathaus werden mit verschiedenen Ämtern und so drin. Und, ja. Oh, alter Schwede. Das sieht einfach so fett aus, so fett aus. Ich liebe es. Wenn jetzt noch die FPS stimmen. Ich feiere das total. Ich feiere das ganz hart ab. Okay. Sieht sehr schön aus. Da kommen wir gleich wieder zurück, wenn die Sonne untergeht. Dann machen wir ein schönes Nickerchen. Ähm, den Sonnenuntergang habe ich auch schon mal sehen dürfen. Sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Und ich würde gerne aber euch nochmal, bevor die Sonne untergeht. Naja, na gut, das tut sie ja gleich. Ähm. Ähm, unsere Brücke zeigen, die, naja gut, die Sonne geht jetzt schon unter. Dann gehen wir kurz auf den Marktplatz und, äh, schauen uns den Sonnenuntergang an, genießen den Sonnenuntergang, der einfach traumhaft aussehen wird. Und, ähm, vielleicht sogar von oben. Gehen dann schön schlafen und dann zeige ich euch nochmal kurz die Pläne zum Thema Hafen. Weil das hier ist zwar ein kleines Fischerdorf, aber ist natürlich eigentlich kein richtiger Hafen. Sondern wir wollen eigentlich einen richtig schönen Hafen bauen. Und alter Schwede, das sieht so und so geil aus. Mann, 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 Mann. Hammer. Ist einfach so nice. Hier unten haben wir in diesen, unter den Glasflächen haben wir, ähm, Lichter. Also wir haben eigentlich Melonen, äh, rein. Und, na gut, die Sonne, die hat noch ein bisschen Formprobleme. Sieht ein bisschen aus wie ein Stück Käse oder so. Aber der Himmel sieht sehr, sehr geil aus. Und die Wasserreflektionen sind auch sensationell. Echt voll schön. Ich mag auch die Farben total gerne von dem, von dem Texture Pack. Einfach super. So, dann kommen die Sterne raus. Und, ähm, das ist ein Träumchen. Wir gehen jetzt aber ins Bettchen. Und dann zeige ich euch, wie versprochen, unser Fischerdörfchen. Also, äh, nein, unser Hafen. Und dann können wir uns überlegen, was wir denn als nächstes bauen. Denn, ähm, ja. Wir sind wieder zu Hause. Und wir können dann tatsächlich einfach mal wieder richtig loslegen. Und als schönes bauen. Vielleicht gucken wir uns mal kurz nach den Kürbissen. Ähm, ja. Vielleicht füttern wir unsere Kühe. Kommen wir so langsam wieder an. Kommen wir so langsam wieder rein. In unserem wunderschönen kleinen Fischerdörfchen. So, und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich, ähm, meine Damen und Herren. Wir machen dann mal wieder unser Interface an. So, und ich zeige euch mal, was ich mit, äh, unserem Hafen meine. Dafür werden wir wahrscheinlich ziemlich viel Holz brauchen. Das Fischerdörfchen haben wir ja sehr viel mit Stein gemacht, wie ihr seht. Stein und Holzdächer. Und zwar ganz normale, ähm, Eichenholzdächer. Und beim Fischerdörfchen dachte ich mir, nicht beim Fischerdörfchen, beim Hafen, dachte ich mir, können wir eigentlich so richtig schön Holzhafen am Start machen. Ähm. Wir haben ja auch eine coole Brücke hier am Start, ne? Und hier seht ihr schon, man muss in dieses Loch fallen. Habe ich Erde dabei? Nope. Dann machen wir hier einfach mal ein bisschen den hier. So, hier haben wir diese wunderschöne Brücke. Die zeige ich euch nochmal von hier. So, hier haben wir unsere wunderschöne Brücke. Da muss man durchfahren, wenn man in den Hafen will. Und, ähm, ja, das bedeutet, ähm, in diesem Stil könnten wir eigentlich, warum wappeln die Bäume so komisch, die Baumstämme? Sieht ein bisschen komisch aus. Ähm. Hier muss man durch, wenn man in den Hafen will. Und in dem Hafen machen wir dann einfach einen richtig schönen Holzhafen, so ein bisschen. Eben auch mit diesen Baumstämmen, mit dem hellen Holz und dunkleren Dächern. Ich glaube, das wird ganz nice. So im Kontrast auch zu unserem Steinfischerdorf. Und, ähm, hier haben wir so ein bisschen so eine Klippe am Start. Finde ich eigentlich auch ganz nice. Ja, diese Folge ist einfach noch so ein bisschen, ähm, Show, ja, wie bei Show & Play. Einfach noch ein bisschen Show. Da haben wir noch ein Bötchen am Start. So. Und, ähm, ja, planen wieder ein bisschen. Ich bin einfach noch so froh, dass wir zu Hause sind. Und mir gefällt die Wasserfarbe auch so geil, finde ich die. Echter Hammer. Einfach der Hammer. So. Ja, wie gesagt, da haben wir unser Fischerdörfchen. Und hier werden wir unseren Hafen bauen. Ähm, mit unserer wunderbaren, schmucken, kleinen Brücke. Jo. Und, ähm, Dann würde ich sagen, packen wir es nochmal langsam und machen mal so eine kleine Bestandsaufnahme. Was wir denn alles haben, was wir noch brauchen. Ich glaube, wir müssen wirklich jetzt mal richtig viel Holz farmen. Ähm, und abbauen dafür natürlich auch. Geräusche von der Alpha-Version noch. So. Ich bin nochmal gespannt, wie das aussieht, wenn man, ähm, ja, und hier müssen wir echt was machen. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, warum dieser Chunk so am Arsch ist und was man dagegen tun kann. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen einfach, Verzeihung, mit einer Schere, ähm, Laub abernten. Und dann, einfach das so zubauen, dass man nicht reingucken kann. Würde ich jetzt einmal behaupten. Und, ähm, ja, wir brauchen, ähm, Fichtenholz, glaube ich. Viel Fichtenholz für die Stämme. Und Eichenholz. Und das heißt, wir müssen wahrscheinlich einfach mal grob hier so alles Mögliche mal abholzen. Und wieder neu pflanzen. Ähm, um dann mal wieder ein bisschen loslegen zu können. Hier, finde ich, sind wir eigentlich auf einem ganz guten Stand. Das haben wir hier ganz gut im Griff. So von der, was hier so los ist. Die Kühe, die Schafe. Hinten noch ein paar, ähm, Chickens. Schweine haben wir leider nicht auf der Insel. Und auch Karotten haben wir, aber keine Schweine. Das heißt, wir können keine Schweine herholen. Ähm, die ist sonst nämlich auch noch gemacht. Und so von der ganzen, ja, von der ganzen Anlage hier sind wir eigentlich relativ komplett. Können wir immer noch mal was machen, falls uns was einfällt. Hier.